Burg siegt heute 3 zu 0 gegen Elster Werder. Abstiegsgipfel oder andererseits anders formuliert drinbleiben Gipfel. Beide Mannschaften haben das Ziel Klassenerhalt. Heute ging das Spiel 3 zu 0 für Burg aus. An meiner Seite Niklas Krolo, Diagonalangreifer oder Außenangreifer und MVP. Und zu meiner anderen Seite Till Recke, das erste Mal heute in der Pressekonferenz. Fast MVP hat nicht ganz gereicht. Mittelangriff, Mittelblock. Niklas, erste Frage an dich. Ihr seid sicherlich mit den Ambitionen hier angereist, wichtige Punkte für den Klassenerhalt zu holen. Es hat am Ende nicht geklappt. Wie ist jetzt die Gefühlslage? Also im Tabellenkeller ist auf jeden Fall nicht so gemütlich. Wir wollen da auf jeden Fall so schnell wie möglich wieder raus. Und ich fand, das Spiel war am Anfang eigentlich ganz gut, auch von unserer Seite. Der erste Satz ist noch relativ knapp gewesen. Und im zweiten Satz haben wir uns dann leider ein bisschen fallen lassen. Da haben wir uns zwar noch mal gut rangekämpft, aber es hat dann am Ende nicht gereicht. Nicht mal für einen Punkt. Tim, du bist genau auf der anderen Seite des Tisches. Und 3-0 ist jetzt quasi in deine Richtung. Wie ist deine Gefühlslage? Ja, also das war ja unser erster 3-0-Sieg dieses Jahr, beziehungsweise allgemein in der Regionalliga. Das ist natürlich erst mal sehr, sehr schön. Freut uns alle sehr. Ja, sehr, sehr glücklich bin ich. Natürlich ein bisschen traurig, dass mein Bruder, der Moritz, unser Zuspieler, mal wieder MVP wurde. Aber können wir ja sagen, war er doch schon verdient. Hat er gut gemacht, muss man heute sagen. Ja, vielleicht lag es ja auch daran, dass du zum entscheidenden Matchball am Aufschlag ausgewechselt wurdest. Vielleicht wäre es ja auch anders gelaufen, wenn der krachend per Ass im gegnerischen Feld gelandet wäre. Vielleicht hätte es dann zum MVP gereicht. Wie ist deine Einschätzung? Ja, ich denke, dazu wäre es nicht gekommen. Ich war schon recht glücklich, dass ich in dem Moment ausgewechselt wurde, weil ich ja auch bei dem Aufschlag nicht so erfolgreich normalerweise bin. War ich eigentlich recht glücklich, dass ich die Strafkiste nicht bezahlen muss. Niklas, jetzt nochmal zu dir und zu Elster Werder. Es ist ja beim letzten Mal auch schon so gewesen, weil wir gerade beim Thema auch MVP sind, dass ihr ein Team seid, was gespickt ist mit vielen Routiniers, aber eben auch mit vielen jungen, wilden Talenten. Du gehörst sicherlich zu den Talenten und dennoch Leistungsträger. Ich kann mich erinnern, auch im Hinspiel warst du schon der MVP, heute wieder. Wie ist bei euch der Mannschaftsspirit bei einer so, ich sage mal, heterogenen Mannschaft, rein schon vom Alter und von den Spielertypen her? Ja, also ich finde das eigentlich ganz gut, dass das so ein bisschen gesplittet ist, weil auf jeden Fall auch ältere Mitspieler zu haben für die Erfahrung und auch sehr junge Mitspieler zu haben, um dann sich wohl zu fühlen. Also wenn man mehr junge Leute um sich hat, ist es natürlich auch schön. Und ja, was soll ich so groß sagen, es ist gut, wenn alles so gut durchmischt ist, finde ich. Und was macht der Spirit jetzt mit euch, wenn der Druck größer wird? Ist alles noch entspannt? Ist es noch so, dass der Klassenerhalt fest im Blick ist? Oder gehen jetzt langsam die Alarmzeichen an bei euch? Oh ja, die Alarmzeichen sollten jetzt langsam angehen. Wir haben auf jeden Fall noch zwei, drei sehr wichtige Spiele vor uns, wo wir auf jeden Fall punkten müssen. Dann ist vielleicht auch noch mit ein bisschen Glück der Klassenerhalt drin. Und ja, da gibt es auch noch Spiele gegen die ersten drei in der Tabelle. Da probiert man natürlich auch, Punkte mitzunehmen. Aber ich denke mal, der Fokus liegt da mehr auf die Spiele, die näher an uns dran sind, die Mannschaften, genau. Zum Beispiel Cottbus. Da muss man auf jeden Fall drei Punkte holen. Till, die Frage jetzt an dich. Jetzt klingelt hier wie so eine Kuhglocke. Georg Blum mit seiner Bierflasche. Jetzt haben wir den wichtigen Sieg geholt im Rennen um die Nicht-Abstiegsplätze. Sind jetzt deine Alarmglocken schon entspannt? Ist die Ampel schon auf gelb oder vielleicht schon auf grün oder ist immer noch Anspannung angesagt? Nee, also wie gesagt, wir freuen uns erstmal über den Sieg, aber wir müssen natürlich weiter arbeiten. Die Alarmzeichen sind immer noch an. Hat sich jetzt ein bisschen entspannt. Wir haben ja auch noch sechs Spiele. Ja, sage ich mal auch, davon sind, glaube ich, vier noch hinter uns, wo wir auch natürlich punkten wollen. Wir haben natürlich auch immer sehr, sehr starke Fans und Trommler am Rücken, die auch gerne weit fahren und da auch viel trinken. Ja, von daher sind wir quasi immer mindestens sieben Leute auf der Platte und ja, von daher Alarmzeichen auf gelb. Grün noch nicht. Bis dahin ist noch ein kleiner Weg. Also die trinken sehr viel Wasser, um das klarzustellen. So, Schlussfazit. Hast du noch einen Satz, den du gerne loswerden möchtest? Ja, also jetzt über das Spiel nochmal. Ich fand, es war am Anfang ein gutes Spiel. Am Ende ist es dann vielleicht für die Zuschauer auch ein bisschen langweilig geworden. Auf jeden Fall ist in Borg eine richtig geile Stimmung. Das war bis jetzt mit das schönste Spiel von der Stimmung her, was ich bis jetzt in der Regionalliga hatte. Also auf jeden Fall nochmal Props an die Fans. Und ja, dann wünsche ich euch weiterhin noch viel Glück, viel Erfolg und ich denke mal, den Klassenerhalt sollt ihr sicherlich schaffen. Ist ja ganz sicher bis jetzt. Naja, ob das so sicher ist? Also wie gesagt, es sind noch fünf Spiele. Danach wissen wir mehr. Hast du noch ein Schlusswort? Nee, jetzt nicht wirklich. Also ich fand es heute super geil. Geile Stimmung, wie schon gesagt. Ich bin stolz auf uns. Haben wir gut gemacht heute. Gut, dann mache ich den Schluss. Wir haben das nächste Spiel in der nächsten Woche gegen DJK Westen auswärts. Leider ohne Zuschauer, aber dafür umso mehr dann am 27. Februar. Das ist in drei Wochen circa. Sonntag, 15 Uhr Heimspiel. Auch ein ganz wichtiger Kracher gegen TKC Wrietzen. Auch eine Mannschaft, die um die Nicht-Abstiegsplätze kämpft, so wie wir auch. Und jetzt gilt es nochmal zu feiern. Historisch der erste 3-0-Sieg von Burg in der Regionalliga. Macht's gut! Applaus